Herzlich Willkommen zum Story Power Podcast. Der Story Power Podcast hilft Unternehmern und Selbstständigen zu mehr Sichtbarkeit am Markt, ihre Kundenzahlen möglicherweise zu verdoppeln, Umsatz und Gewinn zu erhöhen oder auch mehr Freiraum zu schaffen. Heute wieder ganz einfache Storytelling-Formeln. Diese Formeln werden dann eingesetzt, erstens, wenn für die Formel der Heldenreise einfach zu wenig Stoff vorhanden ist. Und man will nicht da ewig lang weiter recherchieren und noch Stoff und Stoff und Stoff finden. Es ist einfach dafür zu wenig vorhanden, für diese zwölf Stationen der Heldenreise. Das ist der erste Grund, warum man diese Storytelling-Formeln einsetzt, die ich jetzt dann gleich vorstellen werde. Und der zweite Grund ist, wenn man auch so am Anfang des Geschichtenerzählens steht und hier eine einfache Schemata haben will, um eben doch die eine oder andere spannende Geschichte erzählen zu können. Ich stelle heute zwei von vielen, vielen Formeln vor. Es sind dreiteilige Storytelling-Schemata. Legen wir gleich los mit dem ersten, mit der ersten Schema, mit der ersten Story-Formel, und zwar der Drei-Akte-Aufbau. Im Kurzformat zunächst mal die Ausgangssituation, das ist der erste Schritt. Da wird etwas genauer beschrieben, was es so geht. Im zweiten kommt dann das Problem. Worum geht es? Der Konflikte, die da vorhanden sind. Und im dritten Teil geht es eben um die Lösung. Und dort kann man dann zum Beispiel das eigene Produkt einsetzen oder die Dienstleistung oder eben sein Unternehmen in die Szene setzen. Ich will hier auch ein Beispiel bringen, das ich jetzt hier erfunden habe für das. Es geht um einen Ingenieur. Der Urs Inderbezin hat sich selbstständig gemacht. Er arbeitet noch teilweise an Projekten, die er von seinem bisherigen Arbeitsgeber hat. Es ist die Maschinenbaubranche und er hat sich im Laufe der letzten Jahre auf seinem Gebiet der Strömungsmechanik zu einem Experten entwickelt. Nun, jetzt ist er selbstständig. Er hat sein kleines Büro, arbeitet von zu Hause noch aus dem Homeoffice aus. Er fragt auch seinen Kollegen, den Hans, du, Hans, ich sollte jetzt irgendwann demnächst mal wieder neue Projekte akquirieren. Er hat keine Ahnung, wie ich das machen könnte. Er sagt, Hans, du, ich weißt, du hast einen ganzen tollen Verkaufstrainer. Er kann dir das sicher beibringen. Er sagt, Hans, du weißt, ich hasse Verkaufen. Ich hasse das, Telefonanrufe zu machen. Ah, da und mich da über Telefon, das ist ja unangenehm und dann mich da verkaufen müssen. Hans sagt, ja, das musst halt du wissen. Zunächst findet er eben keinen Weg. Er arbeitet teilweise noch seine Projekte dran. Plötzlich kommt er auf die, ah, ich könnte mal irgendwann mal so surfen. Und er kommt auf die Storypower-Seite, www.storypower.ch. Und dort erfährt er zum ersten Mal etwas über Storytelling. Dann denkt er, ah, vielleicht wäre das was, wenn ich da was genauer erfahre. Er entdeckt auch auf dieser Seite ein Beispiel eines Ingenieurs, wie er seine Story erzählt. Und da fühlt er sich schon gleich angesprochen, meldet sich zum Workshop an, zum Seminar auch. Und in diesem Workshop erfährt er nicht nur mehr über die Storytelling-Geschichte, die Storypower-Sachen, sondern er erfährt auch von einer Strategie, wie sich Experten zu verkaufen haben, wie sich die Experten zu verkaufen. Ich selber weiß es, meine Buchhalterin, die hat es mich nicht über einen Kaltanruf gewonnen, sondern die habe ich über einen Fick gefunden. Und genauso ist es bei Experten. Experten bekommen auf zwei Arten ihre Aufträge. Einerseits, man lernt sich kennen. Potenzieller Kunde lernt ihn kennen auf einer Veranstaltung. Erstens. Oder zweitens. Man wird weiterempfohlen. Und das macht ihn ganz sehr, sehr zuversichtlich. Hier dieses Marketing-Experten kombiniert mit der Storypower, mit diesem Wissen, sehr viel zuversichtlicher, begeisterter und akquiriert auf diese Art und Weise. Nochmal zusammengefasst, der Aufbau einer hier jetzt ganz einfachen Story. Zunächst mal die Ausgangssituation. Dann im zweiten Schritt den Konflikt oder das Problem beschreiben. und im dritten Teil eben die Lösung bringt. Kommen wir zur zweiten Formel. Da geht es um die V-Formel von Dave Lieber. Dave Lieber hat auf den TED-Talks einen wunderbaren Vortrag gehalten, eben zu dieser V-Formel. Und im Kurzformel, also Dave Lieber nochmal, er ist ein New Yorker, der nach Texas zieht und dort eine katastrophale Zeit erlebt, bis zu eben, weißt du, einem bestimmten Zeitpunkt. Sehr herziger Vortrag da, ganz toll. Und er wendet in diesem Vortrag auch seine V-Formel an. V aus dem Grund, weil wir zunächst mal bei oben beginnen, da wird der Held dargestellt. Und dann stürzt er ab und geht es runter. Die Krise des Heldens wird dann beschrieben bis zu seinem Tiefpunkt. Und dann gibt es eben hier den Wendepunkt und dann geht es wieder hoch. Und es gibt so die V-Formel. Wir haben dann die Wiederauferstehung im dritten Teil des Heldens. Sie kennen das, es ist eine Art Phönix aus der Asche Aufbau. Sie ähnelt jetzt eben diesem Drei-Akte-Aufbau von vorhin, dramatisiert aber das Problem und die Krise viel, viel stärker. Und damit wird auch die Lösung zum Beispiel ihres Produktes oder ihrer Dienstleistung zu einer echten Erlösung. Also da hat der Held ein wirkliches Problem, ein Kittel brennt. Der brennt nicht nur, der brennt lichterloh. Nehmen wir unser vorhergehendes Beispiel vom Urs Inderbezin her. Ich mache das jetzt etwas hier ausführlicher. Beginnen wir mit der Darstellung des Heldens. Jetzt haben wir hier der Urs Inderbezin, ein schlanker, schlachsiger Typ. Er fährt gerne Rad und da, also Rad im Sommer, viel im Sommer, schwimmt dann auch. Im Winter ist er gerne im Skifahren. Er ist auch mit seiner Freundin zusammen. Dort haben sie eine gemeinsame, wunderbare Wohnung gefunden. Die teilen sie jetzt und da freuen sie sich, wenn sie sich da hier am Wochenende die Wohnung genießen können. Er selbst, der Urs Inderbezin, hat sich jetzt selbstständig gemacht und arbeitet noch die eine und andere Aufgabe oder Projekte von seinem ehemaligen Arbeitgeber ab. Allerdings sieht er, dass er im Moment keine Anschlussaufträge bekommen wird. Er hat sich da mehr oder weniger um neue Aufträge zu kümmern. Und damit beginnt das Drama. Er fragt seinen Kollegen dann, Hans, du, Hans, solltest du eigentlich, ich habe jetzt noch ein bisschen Geld, es kommen dann weiter Aufträge, aber ich solltest da Aufträge akquirieren, hast du keinen Tipp? Hans sagt, du, ich kenne einen ganz tollen. Verkaufstrainer, nimm doch da mal bei ihm ein paar Seminare. Ja, dann lernst du hier eben die Aufträge an Land zu ziehen. Hans, ich hasse verkaufen. Ich will doch hier nicht Kaltanrufe machen, das Telefon erheben. Oh nein, ich brauche andere Vorschläge. Hans, weiß ich jetzt nicht anders. Das fällt mir halt ein. Das Drama verschärft sich weiterhin. Er findet noch keinen Weg, um an Aufträge zu kommen. Seine Stimmung wird immer massiver. In der Nacht schläft er immer schlechter, ist viel unruhiger, ist viel gereizter auch. Die freundlichen Gespräche, die er früher am Frühstück, am Sonntag, am Wochenende mit seiner Freundin hatte, die werden immer weniger, ist immer gereizter. Bis dann eines Tages auch seiner Freundin das reicht und er sagt, du, Hans, jetzt reicht's. Wenn du nicht innerhalb der nächsten vier Wochen was findest, ziehe ich wieder aus. Ich halte das nicht aus, so wie du hier rum bist. Und dann wusste er, da hat er jetzt die Pistole an seinem Kopf, da hat er jetzt was zu finden. Er sitzt wieder eines Tages eben in seinem Büro, etwas gelangweilig, surft er herum und plötzlich entdeckt er storypower.ch. Dort sieht er sogar einen Ingenieur, der sein Unternehmen vorstellt und das ist natürlich sehr, sehr nah an dem, was auch er macht. Und er meldet sich gleich spontan zum Workshop an und auch zum Seminar. Spannenderweise erfährt er hier über die Kraft der Geschichte, was das ihm nahe liegt. Und er erfährt über eine Strategie für Experten, wie die sich zu vermarkten haben. Die müssen nicht den klassischen Weg geben, sondern eine Experten-Marketing zu betreiben. Auf zwei Wege bekommen die nämlich ihre Aufträge. Entweder ein Kunde, potenzieller Kunde, lernt den Experten kennen oder er wird weiterempfohlen. Und diese Sache macht ihn zuversichtlicher. Allerdings dauert es noch etwas, bis er das zum Umsetzen bringt. Drei Monate, vier Monate. Es geht etwas aufwärts, leicht aufwärts. Die Zeit, als das Bankkonto dahin schmolz wie Butter in der heißen Sonne, die sind endlich vorbei. Nach zwei, drei Jahren hat er es geschafft. Er ist rausgekommen. Er ist immer noch mit seiner Freundin zusammen. Sie hat ihn dann unterstützt, als sie wusste, er weiß, wie es weitergeht. Soweit die Story. Etwas dramatischer. Es geht darum, die Krise des Halden bis zum Tiefpunkt deutlich auszuformulieren. Und dann eben seine Wiederauferstehung. Eine einfache Formel und eine gute Möglichkeit, hier einzusteigen. Das war es für heute. Ich bedanke mich, dass Sie wieder dabei waren. Zwei kurze Formeln gab es heute zum Thema Storytelling. Bewerten Sie diesen Kanal. Schauen Sie auch auf der Internetseite vorbei, storypower.ch. Den Blogbeitrag finden Sie auf www.storypower.ch. Zwei Formeln. Da gibt es dann auch weitere die Shownotes dazu. Ich freue mich, wenn wir uns wieder auf diesem Kanal treffen. Und denken Sie daran, wo ein Willi ist, ist auch immer eine gute Story. Ihr Ludwig Link Und ich freue mich, wenn wir uns wieder auf der Kanalreflexand ist. Ich freue mich, wenn wir uns wieder vorfGERden, Untertitelung des ZDF, 2020